So, willkommen zurück bei World War Z Aftermatch. Wir wollen die Coke-Kampagne weiterspielen. Ich habe Lust. Los geht's. So, Coke-Kampagne. Online, öffentlich. New York. Abstieg haben wir. Turnenblick haben wir. Komme was wolle, kommt jetzt ran. Ich sehe sich als Stufe auf normal. Jipp, 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 jipp. Ducke bereit, um ein Solo-Spiel zu starten. Gucken wir mal. Warten wir noch eine Minute und machen wir uns Solo. Suche nach Spielern. Oh, haben da drei Leute dazu gekriegt. Wow. Bereit. Alle Spiele sind bereit. PlayStation, PlayStation, Xbox. Das ging aber schnell. Einzige Konsolen-Gamer. Da muss es sein. Lade Level. Komme was wolle. Erreiche das Evokierungszentrum. Okay, ich bin drin. Oh, meine Homies sind schon drin. Kommen wir hier oben. Oh, mein Gott. Und ich bin ein wenig. Oh, das ist nichts. Hört ihr euch. Also hier. Es kommen auch von irgendwoher. Ja, oder? Oh, was soll denn jetzt sein? Der Kräuter ist in die Konti. Ah. Oh, was soll denn hier sein? So, durchquere das Depot. Oh, come, taking in some faith. Okay. Oh, weg mit euch. 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 Hey, get to the train controls and start it up. Oh, weg mit euch. 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 Ah, weg mit euch. ich bin so nett wir sind noch nie oder ich bin so nett ich bin so nett ich bin so nett wir haben wir Rapp 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 baby Rapp 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 VR Rapp rapp Die besteile Jenner Schnell, die Tüte gehen. Wir tun sich das Toten verlassen, dass der Pool. Ja, wir müssen hier weg, Digga. Ach, scheiße. Ich will eh helfen. Nein, nein. Ja, ich muss ja nur helfen. Ich hätte ja erst die Zombies für ihn machen sollen. Ach, das gibt's doch nicht. KD, Mann. Ich muss sie vielleicht durch das Tor gehen. Niederlage, ich glaub das nicht. Waren wir denn so schlecht? Ich hätte einfach weiter gehen sollen. Egal. Gut. Killer. Okay. Dann kommen wir was weiter. Denk mal auf Ready drücken. Ach, nochmal. Whatever. Das sind alles noch. Zwei, drei, eins. Kommt, meine Homies. Drückt auf Ready. Die. Ach ja, jetzt muss ich mir die Zigarette stopfen. Okay. Da brauchen wir einen Fx2. Passend. Kommt ja Ovi. Das ist gut. Bombay-Sation. Und so etwas ist. Noch 110 Sekunden, ok. Okidoki, ja, mal den Mikro wieder aufsetzen, 2 von 4 Spielern sind ready. Ja, Schwierigkeitsstufe, 2 Totenköpfe, ja, ist gar nicht so leicht, ja, wir haben kaum Erfahrung, 1, 4, 1, 3 von 4 sind ready, ok. Nur die Haken kommen in den Garten, das ist so schön. Ja, bei den Sith 6 Alexander, Let's Play bin ich jetzt durch. Schreibt mir mal in den Comments, ob ihr mehr davon sehen wollt, mal allgemein jetzt. Ich habe auch hier Aliens Fire Team, Aliens Fire Team Elite, jetzt play ich hier auch gerade. Dann Sith 6, Wunschweißi World, Teil 2, bin ich auch dabei. Drei Projekte war da. Ja, ja, und der Sith 6 Multiplayer läuft hier auch noch. Ja. Aber mit Alexander Let's Play bei Sith 6 habe ich gestern und heute das Finale erreicht. Ja, könnt ihr euch gerne auf meinem YouTube Kanal auch umschauen. Sonst ist einiges interessantes Content dabei. Vorschläge und Kommentare immer in dem Video, in den Comments reinschreiben. Würde ich mich freuen, in den Kommentar zu lesen. Aber ich sah alles in der Infobox. Wenn ihr ein Video schaltet, oben ist das kleine Ausrufezeichen. Da bin ich euch Playlisten vorgeschlagen. Mal vorbeischauen, einstöbern. Ein paar Benchmarktest sind ja auch dabei. Call of Duty, Vanguard wird auch jetzt bald auch kommen. Bei Black Friday habe ich auch einiges zugeschlagen am Spiel. Da wird einiges Content noch kommen. Könnt ihr euch schon mal freuen. Ich habe insgesamt so 200, äh 260 Euro an Spielen gekauft in Black Friday. Welches Spiel? Da kommt noch ein separates Video. In den Kopf zu scherz. Ich habe mich noch bei einem Schrauben gekauft. In den Kopf zu gehen. Wir können unsere Trang Gillinen machen. Ich möchte die Trang Gillinen zu machen. Ja. Ich bin da einiges Mal, wie vielleicht leicht auf dem Schrauben, Und dann ist die Trang-Tag-Tag. In der Kopf zu gehen. Das ist kein Preis für so vieles zu gehen. Ich glaube, das kannst du ja auch nicht zu sehen. Ich bin nicht nur ein paar Mal zu gehen. Es ist ein paar Mal zu sehen. Da ist das ein paar Fahrräume für��. Ich kann die Die Polizei passt. Es ist ein paar Mal zu Hause, Oh my god, oh, this is recent Helicopter Helicopters landing across the river Could be our way out I need some drücke We got this here Ah, Screeper, yeah Roll me, I'm coming Heine, hab ich die Fresse eingetreten. Scheiße, einer liegt schon auf dem Boden. Ich bin nur noch nicht auf dem Boden. Ich bin nur noch nicht auf dem Boden. Ich bin nur noch nicht auf dem Boden. Läuft, ey. Komm, nein, lass mich in Ruhe. Leute, Leute, was ist hier los? Wir kommen ja tierisch auf die Fresse hier, ey. Die Spielkamera ändern. Ach, Digga, liegt mal auf dem Boden. Läuft, ey. Er hat keine Chance. Was geht hier ab? Wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwer hier auf. Was ist das? Interessant Totem Wasser Wir haben hier keine Chance Eben alle Achtung Entspannend Entspannung 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 Vielen Dank. Oh, oh, was anderes, Folge 7, Karte ist er, ok, interessant, Interessant, Folge 7 kam es her, da wollte ich eigentlich gar nicht, interessant, Kapitaltödlicher Winter, Warte auf die anderen Spieler, Schöne, Oh, yes, das ist Gartos, Wir müssen schnell arbeiten. Die Fahrzeuge von jedem Auto in den Hohlde will take a week. We'll be lucky to find any gas. We must believe it. It'll be too cold to make these runs. You got a better idea? I'm all ears. Have anyone searched these buildings? Our supply teams cleared them out weeks ago. The ship is all we've got. There's a hider up ahead. Reloading! You hear that? Only the only team out here. Team 4 to command. Do you read? I don't know why we even carry these radios. Be ready for contact. Do you need to find the sound? Do you need something else? 2x3 1x3 2x3 2x3 1x3 2x3 1x2 1x4 Das war's für heute. Geräusche untersuchen. Ok. Aufbauen. Aufbauen. Das kann ich nicht mehr aufbauen. Oh. Hurry up, we need everyone. Throw another grenade. Okay. 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 Okay.